Die Tomatenpflanze Erntefrisch. Was das Bikot bedeutet, zeigen wir Ihnen heute am Beispiel der Schweizer Tomaten. Das sind die schönen Tomatengärten, sorgfältig gepflegt mit viel Mühe und Erfahrung. Denn das Tomatenpflanzen ist hier noch Familientradition, die beste Garantie für höchste Qualität. Sorgfältig werden die Tomaten abgelesen, wenn sie die richtige Reife haben. Tomaten werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Gobe kontrolliert und verlesen und auf Bürsten schonend gereinigt. Dann werden sie vorhanden sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in Ihrem Gobe-Laden. Sie sehen, erntefrische Qualität bei Gobe bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit. Denn auch bei den Tomaten gilt, heute geerntet und morgen im Gobe-Laden. Zum Anfang die aktuellen Preisschläger. In Ihrem Gobe-Warenhaus kriegen Sie jetzt herbstliche Mode-Neuheiten zu besonders günstigen Preisen. Zum Beispiel die Damenjacke aus echtem Nappaleder für nur 399 Franken. Und die modische Herren Nappalederjacke für nur 299 Franken. Toilettenpapier-Hakle, dreilagig, sechs Rollen für nur 390. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe 1 Liter Dorina-Sonnenblumenöl statt 625 für nur 540. Zwei Stück Kalbsbrotwürste für nur 2,10. Ein Becher an 500 Gramm Gobe-Joghurt Natur statt 1 Franken nur 80 Graben. Und mit Früchten statt 1,30 nur 1 Franken. Jede Tauben Zahnpasta ist jetzt 50 Graben günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Gobe-Mineralwasser statt 50 Graben jetzt nur 40 Graben. Gobe-Zitro statt 85 Graben jetzt nur 65 Graben. Italienische Regina-Trauben 1 Kilo nur 1,60 und 4 Kilo nur 6 Franken. Auf Wiedersehen!